Die BayWa AG feiert zehnjährigen Geburtstag ihrer Tochter BayWa Renewable Energy. Wir haben momentan auf der Welt die Diskussion über Klimawandel, CO2-Reduktion, Artensterben und die Frage, gibt es überhaupt eine Zukunft für diesen Planeten? Vor zehn Jahren haben wir entschieden, massiv in dieses Geschäftssegment Renewable Energy zu investieren. Wir bauen Solarkraftanlagen, Windkraftanlagen. Wir haben derzeit 10 Gigawatt in der Pipeline und wir werden Millionen von Haushalten weltweit damit versorgen, dass sie saubere, cleane Energie und Wärme bekommen aus Energieträgern, die die Zukunft darstellen. Die BayWa und die BayWa RE waren in den letzten zehn Jahren extrem erfolgreich in diesem Segment. Wir gestalten die Zukunft, wir stellen uns den Herausforderungen und wir werden gemeinsam mit unseren bescheidenen Mitteln helfen, das Klima zu schützen und den CO2-Ausstoß signifikant zu reduzieren. !